Yo liebe Leute, Theo hier und erstmal muss ich mich bedanken bei euch, liebe Leute. Das letzte Video hat es in die Trends geschafft, auf Platz 2 sogar und über 5000 Daumen hoch. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, vielen, vielen Dank. Über 5000 Daumen hoch, sowas habe ich noch nie geschafft, Leute. Und wirklich, ihr seid einfach die Besten. In diesem Video habe ich ja Akata die Challenge gestellt, diesen Glitch nachzumachen. Und ob ihr es geschafft habt, könnt ihr heute auf seinen Kanal sehen. Und er hat mir auch eine Challenge gestellt. Und was für eine das ist, das gucken wir uns jetzt mal kurz an. So, und jetzt kommen wir zur Challenge, die ich für dich vorbereitet habe, Theo. Und zwar musst du im Küstenland hier an diese Stelle zu dieser Rakete gehen. Dort kommst du zu einem Raum, wo viele Wolken sind. Und du kannst dir bestimmt schon denken, was für eine Challenge du machen musst. Und zwar geht es hier um die, die Wolken sind Lava Challenge. Ich finde das irgendwie am coolsten und so ein Typ wie Theo könnte das bestimmt schaffen. Ja, das wollen wir erstmal sehen, Leute, ob ich das schaffen kann. Wieder so eine Boden ist Lava, beziehungsweise Wolken ist Lava Challenge. Vorweg muss man sagen, die Wolken verschwinden schon, wenn man nur in der Nähe ist. Und da kann man schwer sagen, ob man sie berührt hat. Aber ich denke, solange ich nicht einfach in die Wolken reinspringe oder den Boden berühre, wo sie waren, dann zählt das, Leute. Und ich würde sagen, wir skippen live zu dem Versuch, wo ich es geschafft habe. Viel Spaß. So, Versuch Nummer 4, Leute. Und jetzt üben wir nochmal kurz den Sprung. Weil mit diesem Sprung muss ich, glaube ich, da hinten rüber. Gucken wir mal. Das ist eine Sprungtechnik, die wurde später gefunden. Damit kann man richtig weit springen. So, habe ich aber drauf. Falls ihr davon ein Tutorial haben wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Weil das ist wirklich ein geiler Sprung und das ist ein geiler Trick. Ähm, den muss man einfach können als Mario-Profi, als Super Mario Odyssey-Profi. So, bis hier ist ja alles noch einfach. Man sieht auch mal, die Wolken verschwinden immer und werden höher, äh, gehen höher und gehen wieder niedriger. Und da muss man gucken. Aber hier, das sollte ich auch noch gerade so schaffen. Aber ihr habt gesehen, die Wolken unter mir gingen schon weg. Deswegen, ähm, ja, ist das, äh, zählt aber nicht als berührt, Leute. So, jetzt könnte ich links da rüber, aber ihr seht ja rechts, guck mal, da sind die Wolken jetzt weg auf einmal. Eben waren da welche. Aber ich darf sie halt nicht berühren. Also raufspringen geht nicht, obwohl die kleinen Vieher da sind. Aber ich muss, äh, vielleicht einfach nur warten. Ähm, ich könnte links rüber springen, wie eben, habe ich eben schon mal probiert. Aber ich warte einfach jetzt mal. Vielleicht verschwinden die Wolken ja so, dass sich ein Weg eröffnet. Dann warten wir erst mal, Leute. Es dauert leider. So, da wird es schon dünner, beziehungsweise der Weg eröffnet sich langsam. Oh, mal gucken, ob ich das wagen kann. Ich weiß es nicht, Leute. Soll ich es machen? Zack, und. Also ich würde sagen, das zählt. Aber ihr seht, die Wolken verschwinden. Zack, so, das war knapp. Aber da sind die Wolken halt wieder verschwunden. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise ich blende wieder eine Slowmotion ein. Ob das zählt? Ob ich den Boden berührt habe, wo die Wolken waren? Also meiner Meinung nach nicht. Äh, und hier ist jetzt das Gleiche. Das ist ziemlich tricky. Hier schafft man es auf keinen Fall mit einem Sprung rüber. Das ist, glaube ich, das funktioniert nicht. Ach, und für alle, die sich fragen, diese komischen Dinger, die die Wolken wegmachen, die zählen nicht, leider. Jetzt kann ich einfach nur wieder warten, Leute. Ich hoffe, da macht sich ein Weg für uns frei. Ich will die Challenge auf jeden Fall schaffen. Und dann stellen wir den guten Akata eine neue Challenge. Oh, oh, Leute, dahinten öffnet sich ein Weg. Ich glaube, ich nutze jetzt die Chance, bevor es wieder zugeht. Ich hoffe, ich schaff's. Ein Long Jump, zack. Und. Oh, Leute, ihr seht die Wolken verschwinden. Aber meiner Meinung nach habe ich es nicht berührt. Auch da, wo die Wolken waren, habe ich die Wolken nicht berührt. Aber ich würde sagen, die Challenge ist geschafft. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Und eine neue Challenge für Akata muss jetzt her. Ich habe für das nächste Video noch einen richtig geilen Long Jump. Also den längsten Sprung in Mario Odyssey, den will ich euch zeigen. Der ist wirklich extrem krass und man braucht richtig viel Skill dafür. Aber ich will vor euch jetzt, dass ihr mal eine weitere Challenge für den Akata reinschreibt, die wir ihnen stellen können, die er schaffen muss. Eine richtig schwere. Denkt euch irgendwas aus. Ich bin damit raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo. Euer Theo.